Berlin ist für die Koreaner wegen des Marathon-Siegs von Son Gejong bei den dortigen Olympischen Spielen im Jahr 1936 eine vertraute Stadt. In diesem Jahr, zum 140. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland, fand in der deutschen Hauptstadt ein Marathon-Wettbewerb statt, den Koreaner in Deutschland organisiert haben. Die Teilnehmer stehen in der Herbstsonne an der Startlinie. Statt eines Startschusses erklingt das koreanische Schlaginstrument Jing ein Gong. Der Berliner Marathon im Gedenken an Son Gejong fand aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit vier Jahren wieder statt. Nach einem 10-Kilometer-Lauf und einem 5-Kilometer-Lauf fand ein Familienlauf statt. Ein Kind, das noch nicht so sicher auf den Beinen ist, klammert sich an die Hand seines Vaters und versucht, so gut es geht, hinterherzukommen. Teilnehmerinnen erreichen die Wendemarke, es geht jedoch nicht um den Sieg oder Rekorde. Alle Teilnehmer sind sich des wahren Zwecks des Wettbewerbs vorlaufbewusst. Ein Teilnehmer namens Thomas sagt, er wisse genau, wer Son Gejong sei. Dieser habe 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin im Marathon gewonnen, jedoch damals für Japan starten müssen. Bei der Veranstaltung dreht sich nicht alles um das Laufen. Applaus brandet auf, als ein deutscher Junge Taekwondo-Übungen vorführt. Kinder schauen begeistert bei einer traditionellen Aufführung koreanischer Einwohner zu. Auch die koreanische Küche, die gerade einen Boom erlebt, wird bei der Veranstaltung vorgestellt. Untertitelung bei einer규